Syntaktische Einheiten Teil 1 Idealtypen von Satz und Periode In der klassischen Musik gibt es zwei wichtige Grundmodelle für den Aufbau eines Themas, Satz und Periode. Beide Modelle existieren seit der Barockzeit. Später sind sie vor allem für den Themenbau in der Wiener Klassik und im 19. Jahrhundert wichtig. Im idealtypischen Grundmodell sind sowohl Satz als auch Periode acht Takte lang. Man teilt sie jeweils in zwei Teile mit vier Takten. Betrachten wir nun zuerst den Satz. Der Satz beginnt mit einer zweitaktigen Einheit, die wir Grundidee nennen. Das ist die Übersetzung des Begriffs Basic Idea von William Kaplan. Ein anderer Name für die Grundidee ist Phrase. Dieser Begriff kommt von Arnold Schönberg. Diese Grundidee wiederholt sich dann identisch oder mit Variationen oder erscheint auf einer anderen Tonstufe. Wir nennen diesen Abschnitt Grundidee Strich. Schönberg spricht von der Phrasenwiederholung. In der zweiten Hälfte gibt es nun eine zweitaktige Fortspinnung. Sie endet mit einer zweitaktigen Kadenz oder auch Kadenzidee. In der Fortspinnung gibt es zwei Möglichkeiten. Viele Sätze haben eine entwickelnde Fortspinnung. Dabei werden Motivteile aus der Grundidee variiert oder verkürzt und musikalisch verarbeitet. Man nennt dieses Verfahren auch Fragmentierung oder Abspaltung. Schönberg nennt das Verfahren Liquidierung, beschreibt damit aber die komplette zweite Hälfte des Satzes. Andere Sätze haben eine kontrastierende oder auch fremde Fortspinnung. In diesem Fall verarbeitet man in der Fortspinnung keine Motivteile der Grundidee, sondern es treten neue Motive auf. Weitere Informationen und Beispiele dazu in Teil 2 der Reihe Syntaktische Einheiten. Ein gutes Beispiel für einen Satz ist der Beginn von Ludwig van Beethovens Klaviersonate Op. 2 Nr. 1 in F-Moll. Eine aufsteigende Akkordbrechung der Tonika, eine sogenannte Mannheimer Rakete, bildet die Grundidee. Es folgt eine Brechung des Dominantakkordes als Grundidee Strich. In der Fortspinnung wird der zweite Takt der Grundidee abgespalten und verarbeitet, bevor der Satz mit einer Kadenz zu Ende geht. Wie wir an diesem Beispiel sehen, kann ein Satz auch mit einem Halbschluss enden. Hören wir uns nun noch einmal den kompletten Satz an. Ein Satz hat oft einen vorwärts drängenden Charakter. Aus einer Grundidee wird etwas entwickelt. Die Periode dagegen ist relativ ausgeglichen und symmetrisch. Die beiden Teile heißen Fördersatz und Nachsatz. Auch die Periode beginnt mit einer zweitaktigen Grundidee oder Phrase. Anders als beim Satz folgt nun aber keine modifizierte Wiederholung dieser Grundidee. Stattdessen kommt etwas komplett Neues, eine sogenannte Kontrastidee. Man spricht zwar von einer Kontrastidee, in der Realität muss es aber kein großer charakterlicher Kontrast sein. Schönberg spricht deshalb von einer Gegenphrase. In der Mitte einer Periode, also in Takt 4 in unserem Grundmodell, befindet sich ein Einschnitt. In den meisten Fällen sitzt hier ein Halbschluss in der Grundtonart, manchmal aber auch ein unvollkommener Ganzschluss auf der Tonika. Nach diesem Einschnitt beginnt der Nachsatz genau wie der Vordersatz mit der Grundidee. Hier zeigt sich die Symmetrie der Periode. Am Schluss der Periode kommt wieder die Kontrastidee. Sie wird oft verändert, damit die Periode in einem Ganzschluss enden kann. Manchmal benutzt man die Motivik der Kontrastidee gar nicht mehr, sondern führt gleich in die Kadenz. Die meisten Perioden enden mit einem Ganzschluss. Es gibt zwar auch Perioden, die mit einem Halbschluss enden, diese Fälle sind aber sehr selten. Ein Beispiel für eine Periode ist der Beginn des letzten Satzes aus Wolfgang Amadie Mozarts Klaviersonate, Köchelverzeichnis 333 in B-Dur. Die zweitaktige Grundidee leitet von B-Dur zur Dominante F-Dur. Darauf folgt eine Kontrastidee mit Seufzerfiguren. Am Ende der Kontrastidee befindet sich ein Halbschluss mit Quarzsextvorhalt. Der Nachsatz beginnt wieder mit der Grundidee. Mozart fügt hier eine Verzierung ein und füllt die ursprüngliche Dreiklangsbrechung durch Zwischentöne auf. Am Ende wird die Kontrastidee nicht wiederverwendet, stattdessen leitet eine freie Kadenz zum Ganzschluss. Hören wir uns zum Schluss noch einmal die komplette Periode an. Vergleichen wir nun Satz und Periode miteinander. Bei einer Periode sind die beiden Hälften, also Vordersatz und Nachsatz sehr ähnlich aufgebaut. Der Satz dagegen entwickelt sich weiter. Ob man einen Satz oder eine Periode hat, erkennt man meistens schon in den Takten 3 bis 4. Wenn die Grundidee wiederholt oder variiert ist, ist es ein Satz. Kommt hier aber eine neue, mehr oder weniger kontrastierende Idee, dann ist es eine Periode. Weitere Informationen findet man in den anderen drei Teilen der Reihe »Syntaktische Einheiten«. – Zurück zu K Audio » lässt sich um K Audio finanzieren. Man muss die Grundidee in der Reihe »Syntaktische Ölgeräu«. Die first wird die K Audio-K 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 Audio-K. Vielen Dank.